Von meiner Bank erwarte ich, dass sie beim Thema Digitalisierung Vorreiter ist. Unsere Kunden verlangen von uns auch innovative Produkte und neueste Technik. Und genau das setze ich auch bei unserem Bankberater voraus. Dass sie moderne Technik da einsetzen, wo sie das Leben erleichtert. Als professionelle, innovative Bank wollen wir unseren Kunden natürlich zeitgemäße Tools an die Hand geben. Und das ist uns mit dem Helaba Kundenportal gelungen, wie ich finde. Es gelingt uns, Transparenz zu schaffen über die gemeinsamen Geschäfte, die Daten sicher und aktuell zu übertragen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir da etwas gebaut haben, wo beide Seiten davon profitieren. Gerade im Bankwesen gilt es äußerst sorgfältig mit Daten und vertraulichen Informationen umzugehen. Da erwarten Sie als Kunde natürlich zu Recht von uns, dass wir Kommunikationswege schaffen, wo wichtige Daten hochaktuell zur Verfügung gestellt werden. Und das haben wir mit dem Helaba Kundenportal geschaffen. Kontostände, Marktwerte und Kreditsalden auf Knopfdruck. Für mich ist das neue Portal perfekt. Es schafft eine neue Informationsqualität. Ich habe jederzeit und überall Zugriff auf meine Daten. Weniger Administration bedeutet auch mehr Raum für den strategischen Austausch mit den Profis von der Helaba. Also gerade bezüglich des neuen Kundenportals liegt der große Vorteil ja darin, dass wir uns damit Freiräume schaffen, um genau die komplexen Fragestellungen unserer Kunden stärker zu beleuchten, als wir das früher konnten, wo wir im Tagesgeschäft mehr gebunden waren. Es geht darum, Freiraum zu schaffen, abseits dieses Tagesgeschäfts für intensive Beratung einerseits und das Aufzeigen von Lösungen andererseits. Wir waren ja zunächst skeptisch, aber die Vorteile des neuen Angebots der Helaba überwiegen eindeutig. Wir sehen das Portal als ergänzenden Kanal zu den intensiven persönlichen Kontakten mit unserer Hausbank. Das Kundenportal ist einfacher, schneller und transparenter. Wir freuen uns, dass unsere Kunden mit dem Kundenportal über ein hochmodernes und sicheres Tool verfügen. Es ist sicher nicht zu viel versprochen, dass dies erst der Startpunkt unserer digitalen Agenda ist. Einfacher Informationszugang, intelligent aufbereitet und stets aktuell. Das hat die Helaba wirklich gut hinbekommen.